Das erste Video habe ich am 3.6.2014 gemacht. Ich sag doch, das Spiel ist saualt, Alter. Ich sag ja, das Spiel ist uralt, Mann. Asbach uralt. Jesus Christus. Deswegen meine ich, aber 16 Euro ist teuer. Ich hätte da gewartet tatsächlich auf einen, irgendwie einen günstigen Kauf oder so. What a thick boy. You're so thick. Oh, wer ist das jetzt gewesen? Der Alte? Wer, er meine Obsessed? Nein, er war nicht die Obsessed. Die Blonde ist die Obsessed. Nein, auch nicht. Die andere ist die Obsessed. Die da. Komm her, Süße. Oh ja, Knackarsch ist die Obsessed. Das sind immer die Geilsten, die immer an diesen Paletten dann so rumlaufen und sich so drehen. Und dann so einen auf richtig so Move machen und so. Yeah, schau hier. Ich kann um eine Palette laufen. Ich weiß, sie ist hinten rumgegangen und habe ich versucht, sie zu outplayen, indem ich dumm tue, aber sie lässt sich darauf nicht ein. Jetzt habe ich sie einmal geheitet. Die Aldo läuft einfach weiter, freck. Ah, die droppt auch jede Palette jetzt. Das habe ich mir. Ah, ich wusste, dass ihr Detlef hat. So. Ich hänge sie da hinten an. Ich muss leider neben dir bleiben, Baby. Aber wir haben wenigstens noch einen guten Ausblick. Ich könnte D-Strike haben, deswegen lassen wir sie liegen. Geil. Äh. Die Leute mit ihrem Detlef hat, ey. Wir warten mal kurz. Könnte sein, dass sie D-Strike hat. Geil. Jetzt müsste D-Strike ausgelaufen sein. Ich muss sie jetzt noch einmal aufhängen, das reicht schon. Ich lasse sie jetzt einmal kurz laufen. Ich lasse sie einmal kurz laufen, weil sie muss sich erst mal wieder Dings machen. Dadurch kann ich sie sehen. Jetzt weiß ich, dass sie da vorne steht und sich mendet. Jetzt ist sie fertig mit menden und jetzt chase ich sie weiter. Sie hat D-Strike. Sie hat D-Strike. Geil, dankeschön. Hast du sie gut geblockt? Die eine hat sie jetzt gerade komplett weggeblockt, die Dumme. Aber merkt ihr was? Wenn man dieses Camping so macht, obwohl man es nicht will, aber man hat diese Mission, dann fangen die Leute an, richtig kacke zu spielen teilweise, ne? Der Tart. Das T-Bag, was sie macht, stört mich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur sie töten. Danach können wir ja ganz normal weiterspielen. Das ist halt das, was ich will. Ich brauche halt nur ihren Tod. Der Rest ist mir danach egal. Weil ich brauche nur ihren Tod. Der brauche ich nicht. So, danach spiele ich halt normal weiter. Natürlich sind das halt Leute, die mögen das nicht sagen. Aber, warte mal, der alte hing. Schoko-Prinzessin hing auch. Sie hing noch nicht. Oh, ist die Palette nicht mehr da? Hat die alte D-Strike-Frau alles weggeworfen? Komm, mach Dettart. Ja, schön hast du das gemacht. Aber ein schöner Dettart war das. Geil. Oh, Mann. Komm, einfach nur meine fucking Daily. Das ist das Problem. Ja, Bitch. Wenn er nicht dieses Bug-Using betreiben würde, wäre das alles so in Ordnung. Ich lasse dich mal sicherheitshalber hängen und lasse dich mal liegen. Oh, Claudi. Ich habe dich schon lange gesehen. Nein, du hole Nuss. Der Anführer ist raus aus der Gruppe und schon ist das Spiel vorbei, oder was? Das war keine 60 Sekunden, deswegen warten wir kurz. Ja, es müssten aber eine Minute, müsste vorbei sein. Aber wir haben unsere Obsessed gekillt. Ja,ags. Ja, soll das copyrightsperren Neuern. Ja, ich muss die Verkaufs noch sind. Ja. Ich muss die Verkaufs noch sagen. Ja, ich muss die Verkaufs noch nichts Buddhismus jetzt sagen. Ja, Cultivistin, ey. Was ist das? Morvick Das heißt, ich brauche jetzt noch zweimal Muss ich noch dieses Camping-Ding da machen Weil ich noch zweimal die